Gut, ihr seht mich verwirrt. Sollte die S-Bahn nicht wieder mehr, schneller, normal fahren? Es ist doch eigentlich unlogisch, dass jetzt die Wartezeiten länger sind. Na, wir werden sehen. BUNZEIN! Joai, es ist der 28.02. der 28.02.2011, der letzte Tag im Februar. Der Februar ist fast rum und damit der letzte Wintermonat, den man so kennt. Yes! Ja, wir haben wieder ein bisschen ausgeschlafen. Draußen, kurz hell. Und es sieht aus, als würde die Sonne kommen. Ja? Ja, die Anna fragt gerade, ob sie die Markise für den Mittagarten anmachen soll. Weil wenn sie feucht wäre beim Reinrollen, dann könnte es sein, dass sie über Nacht anfriert. Aber da es eigentlich keine Minusgrade sind, durfte nichts passieren. Ansonsten habe ich Pech gehabt. Jo, das fühlt sich nicht wie unter Null an. Das fühlt sich okay an. Das fühlt sich an wie Frühling. Wenn er mit schon da wäre. Okay, jetzt in China. Also ich meine, nachdem die arabische Welt gerade erschüttert wird, versuchen es die Chinesen nochmal. Weil ich habe ja schon gelesen gerade. Also die Chinesen haben mir dann gleich ganz anders zugegriffen. Die haben ja auch gleich ausländische Reporter verhaftet. Und wenn sie Passanten und Demonstranten nicht unterscheiden konnten, auch gleich alle. Ich habe da gerade gelesen, der freiwillige Polizeidienst muss wieder her. Ist das sowas wie Neighbor Watch oder Nachbarschaftswache? Ich glaube, da muss ich mich mal informieren. Irgendein Revolverblatt fordert das jedenfalls. Keine Ahnung welches. Hat sich geklärt mit den Wartezeiten. Also ich musste nicht sieben Minuten warten. Es war halt nur mehr Traffic auf der einen Seite als auf der anderen. Weil gerade vorher eine S-Bahn raus, als ich hochkam. Und auf der anderen Seite standen sieben, nee, standen neun Minuten. Und dann fuhr aber auf dem nächsten Gleis, wo einer rausgefahren ist, gleich wieder einer ein. Und die Wartezeit einer Minute insofern. S-Bahn hat es momentan im Griff. Ne, ob nur abgeschlossen sein wird? Ich meine, die Sonne steht schon am Himmel. Aber auf einer Seite ist Mondtag. Und ich denke mal, viele Leute haben ähnliche Aufstehprobleme wie ich. Nee, es ist auf jeden Fall schon offen. Nee, also diese Tür wird mir mit Sicherheit nicht fehlen. Grunde steht hier auch immer noch. Hm, Ikea hat da abgeladen. Keiner hat es reingeholt. Licht ist an, war ich also die erste. Yeah, wir haben den ersten Tag der Woche überlebt und sind nicht letzter. Es sind noch drei Leute da. Ja, ich habe dann nochmal geguckt, was diesen Freiwilligenpolizeidienst angeht. Und das fiel mir dann ein. Ja, gab es bis 2001 auch in Berlin. Und das fällt quasi unter das, was ich Bürgerwehr nennen würde. Na gut, dass es halt Hessen, Sachsen und Bayern immer noch hat. Wundert mich jetzt irgendwie nicht. Ist ja, glaube ich, ist ja, glaube ich, noch unter Roland Koch in Hessen wieder eingeführt worden. Und die beiden Freistaaten. Naja, klar, oder? Und ehrlich gesagt, die Leute, die in Berlin Websites für Freiwilligerpolizeidienst Berlin betreiben, das ist Bürgerwehrklientel. Naja, und gefordert hat es natürlich der CDU-Spitzenkandidat für das Rennungsbürgermeisteramt hier in Berlin. Also insofern, die Ecke, aus der das kommt, ist vollkommen klar. Und es ist genau das, was ich dachte. Hier, Bürgerwehr, hier brennende Fackeln und Forken. Als wären die Leute, die dafür gut sind, ihre Nachbarn anzuzeigen, weil sie Samstag illegal Auto waschen. Als wären die dafür geeignet wären, irgendwelche krassen terroristischen Bombenanschläge zu verhindern. Ey, was ein Quatsch. Ja, naja, hat er bestimmt irgendwo abgeschrieben. Yes! Ja, es war einmal eine Zeit, das war das Jahr 2011. Da fuhren Leute mit der S-Bahn. Manchmal, wenn sie fuhr. Ansonsten standen sie Westkreuz rum. Stunde um Stunde. Oh, ich hasse das. Ich glaube, ich habe jetzt die letzten Wochen jeden zweiten Abend hier verbracht. Wahrscheinlich muss das so sein. Keine Ahnung. Ich will hier weg. Ja, also heute schenkt mir das Leben wieder reichlich ein. Nicht nur, dass ich ja wieder Westkreuz raus musste, aus unerfindlichen Gründen. Also, außer, dass ich in der S-Bahn saß. Ach nee, gerade hier angekommen, fuhr auch gerade mein Bus los. 17 Minuten noch rumstehen hier. Ey, manche Tage sind einfach Montag. Oh, heute ist ja Montag. Oh Mann, ey. Also, bei diesem ganzen Ärger will ich nachher Pizza essen. So, das ist süß. Ich will Pizza. Ich will Pizza. Pizza. Ich finde den ja toll. Ja, Anna, ich mag sowohl Fenchel als auch Anistee. Mein Kümmel ist da auch drin. Mag ich Fenchel, Anis und Kümmel esse ich auch. Du isst kein Kümmel. Aber trinken tust du Kümmel, ja. So, jetzt bin ich erstmal mal los. Und, hast du ja schon überlegt, welche Pizza du willst? Ich hatte heute schon Mittag belegt, auch keine Pizza. Ah, super. Das hättest du mir jetzt zum Beispiel schreiben können. Na, du kannst ja bestellen, wenn der jetzt noch ein ganz kleines Moment wartet ist. Ich würde nämlich gerne mal wieder Salat essen. Auch wenn der bestimmt biologisch wertvoll ist. Also jedenfalls nicht. Na ja, Gott, das ist Salat. Der ist grün und der ist Salat. Aber der ist nicht biologisch eingebaut. Nee, aber der ist biologisch abbaubar. Also eigentlich sollte da noch ein Apfel drin sein. Das waren eigentlich sechs. Ja, vielleicht hast du noch eine in der Tüte. Ja. Hab ich vielleicht geträumt, dass es sechs waren. Schnuffel hat ganz viel Zeug gekauft. Ja, kannst ja mal gucken. Radieschen hat sie gekauft. Guck mal, die sind doch süß. Und Blumen. Ja. Und eine Flasche Kirschwein. Blumen und Kirschwein. Und mehr Blumen. Gut, dass wir gar keinen Platz mehr da haben, wo wir die alle hinpflanzen können. Ach, das findet sie. Wieso? Wir wollen doch was wegmachen, oder nicht? Was denn? Na, da am Seitenstreifen wollen wir was wegmachen. Und hier vorne, das olle Buschelgras, kommt mit hinten. Ja gut, aber so viele? Das kommt zum Beispiel hier vorne mit hinten. Weißt du, Pizza ist auf dem Weg, Alter. Ja. Und Salat natürlich auch. Und da hat der Hasse auch schon dran gedacht, dass nämlich morgen neuer Monat anfängt. Ey, es ist das letzte Mal Februar in 2011, Schnuffel. Das ist total krass. Ja, Mensch. Und vor einem Monat war das letzte Mal Januar 2011. Das ist ja unglaublich. Dang. Ja, wisst ihr was hier, ne? Ich sag einfach mal Tschüss. Und die eine sagt euch sowieso nicht Tschüss. 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 Tschüss.